Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video in Train Simworld 2 hier auf dem East Coast Way. Wieder kümmere ich mich, oder wieder fahre ich auf, ich fahre wieder eine Mission vom Fahrplan. Und das Ganze natürlich auch wieder im, was heißt ja natürlich, das Ganze auch im Winter. Ich wollte ja wie gesagt drei Videos ungefähr davon aufnehmen. Ähm, es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten für Winter, äh für ein Winterthema, für ein winterliches Feeling. Es wird das zweite werden. Ähm, das müsste glaube ich ein, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein Schneesturm, ne? Nebeliger Wintertag, äh Winterschneesturm, genau, es wird der Winterschneesturm. Äh, sechs verschiedene Züge gibt es zur Auswahl. Und es wird die Class 375RF, die hat nur einen einzigen Zugdienst. Das ist ja mal wieder, es ist genau wie mit der, mit der Class 451. Dass es nur einen einzigen Fahrplan-Modus gibt. Wieso bin ich eigentlich bei Class 37? Das ist eine Class 375. Das andere war eine Class 451. Ähm, zu Verbindung Nummer 1, der andere gibt es ja nicht. Wunderbar, dann haben wir das auch schon mal geregelt. Und dann kann ich das Ganze ja hier wieder minimieren. Einfach auch mal schließen, damit noch weniger offen ist. Und dann schauen wir mal, was für ein Szenario das ist. Es ist auch hier wieder eine Vintage-Eismann-Route. Wieder am ersten, okay, ich glaube es war, war es beim anderen Szenario auch die erste. Der erste 2021, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, war es gewesen. Bestpunktzahl 3840 Punkt. Das heißt, wir fahren dasselbe Szenario noch einmal. Nur nicht mit der Class 451, sondern mit der Class 375. Dann wäre es jetzt in diesem Fall die Challenge. Ähm, wäre jetzt in diesem Fall die Challenge, dass ich die, ich gucke mal den Scheinwischen aus. Äh, dass wir in diesem Fall die 3840 knacken. Einfach nur, um ein bisschen Challenge zu haben. Okay, das ist sehr schön, dass ich hier die Driver Safety Device aktivieren kann. Das könnte aber jetzt funktionieren. Ich wundere zwar, warum ich die Driver Safety Device nicht aktivieren kann, aber gut, es hat ja nur so, wie es ist. Boah, Schneesturm. Das ist ja noch schlimmer als vorher. Also, huuuh. Ich schluss mal auf an. Jetzt war das Gefühl, ich komme zwar nicht wieder los hier, wegen... Wegen der DSD, weil ich ihn nicht aktiviert bekomme. Also, nicht, weil ich es nicht hinbekommen muss, sondern weil ich es nicht will. Weil ich hier was, glaube ich, auf der anderen Seite, ne. Ich meine, es war bei der Class 375 so. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann sie nicht deaktivieren. Naja, egal. Äh, Türen links verriegeln. Dann warten wir, bis die Class 377, die vorausfährt, durchgefahren ist. Damit will ich da halt auch wieder so wenig sehen. Weil es hier nicht ganz so schlimm ist, wie ich finde, wie in der Class 451. Hier geht's noch einigermaßen. Aber man, man hat trotzdem noch so einen leichten, leichten, auf diesem weißen hat man immer noch so einen leichten, ähm, auf dem Nebel hat man immer noch so einen leichten, ja, kann man das Vintage-Effekt nennen. Aber halt so einen leichten, ähm, leichten Gelbfilm. Obviously. Okay, ausnahmsweise fahre ich mal mit Licht. Ich will mal schauen, ob ich jetzt hier vorankomme, aber nicht. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Vielleicht ein bisschen zu stark. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen mit meiner Leistung raus und dann fahren wir jetzt wieder über Burwick. Als ob, als ob es ein rohle Signal ist. Das würde ich echt so schnell los. Aber erstmal schön durch den Schneesturm nach Eastbourne. Wieder die Vintage-Tour. Das ist aber schon eine ganz nice Tour, finde ich. Schöne, nice Wagen. Werden wir auch wieder geschoben von der Class 66? Ich glaube ja, ne, ich denke mal. Jawoll, wir werden wieder von der Class 66 geschoben. Bisschen mehr Leistung kann ich, glaube ich, schon geben. Egal, zu viel. Wir wollen ja noch Grip haben. Aber ich muss sagen, also, ich würde sagen, das ist eine gute Sache, dass ich jetzt nicht so viel aufnehme, sondern nur zwei Toren heute. Weil, aufgrund der Scheibenwischers, wie ihr jetzt auch in einem der letzten Train Valley Line, wie ihr sehen konntet, ey, da fällt, da falle ich so ein Trance durch die ganze Zeit, das hin und her. Man achtet ja drauf, auch auf den Scheibenwischer, weil man natürlich auch auf die Strecke achtet. Man ist dann doch schon sehr Trance, sehr Trance-Tilen, wenn man das mal währenddienz fixiert. Falls es nicht ein wirkliches Räuble für gibt. Ich habe das Gefühl, das ist aber ein bisschen... Wir waren gerade eben bei... Okay, wir sind sogar leichter. Aber für mich hat die Class 375 nicht ganz viel Power, aber die Class 475. Um das sagen zu können, bin ich zu wenig drin. Muss ich leider ehrlich gesagt zugeben. Schöne ich merke schon, wir werden hier so ein bisschen ausgebremst, ne, durch, durch durch mein Denken, dass der, dass der Bremsdruck, die 12 Bar Bremsdruck, oder, 12 Bar, ich glaube schon, ähm, wo war es zumindest 1,2 Bar, wie auch immer, dass dass der Bremsdruck sich verringert, weil ich starte, wenn ich loslege, aber der war ja nicht so. Also könnte es mit 13.11 Uhr eng werden. Bin mal gespannt, ob ich 3840 Punkte schlagen kann, oder nicht. Könnte sein, dass es möglich ist, aber ich weiß nicht, wie viel da noch rauszuholen, ne, Goldmedaille wird es auf jeden Fall werden. Kann ich eigentlich sogar schon mal, so frech zu einem schon mal eintragen, dass es auch eine Goldmedaille wurde. Einfach aussehen, wobei ich der Szenario schon gefahren bin. Und vielleicht noch mal das entschreiben, dass das beiden Szenarien dasselbe sind. Ich habe es nämlich nämlich so, ähm, dass selbe Szenario wie mit der Class 4.5.1. Ähm, ich habe es nämlich so gemacht, dass ich mir, äh, auch bei Trains & World war das schon so, oh, Trains & World 2020 oder whatever, wie auch immer man das bezeichnen mag, äh, quasi mit welchem Zug ich gefahren bin, welches Szenario das war, und, ähm, halt zusätzlich auch, wenn es Medaillen gab, ob ich die Goldmedaille bekommen habe, oder was für eine Medaille ich bekommen habe, wie die Punktezahl war, ähm, einfach nur, damit, falls ich dann per Zufallsgenerator wieder dieselbe Schrecke draufgedrückt bekomme, dass ich dann sagen kann, okay, die Schrecke bin ich schon gefahren, ich suche mir was Neues aus. Boah, ich bin dasselbe mit der, ich bin das, ich bin das Einzige, ich bin dieses Szenario mit dem Zug schon mal gefahren, dann, ne, Random Generator, das sagt nochmal was Neues, so, ne, also, ne. Ich weiß auch, ich glaube, ich nutiere mir nochmal nebenbei, so als Zusatzinfo, dass, ähm, es bei beiden nur ein Szenario gibt. Einfach nur, dass ich es für die Zukunft weiß, und dann habe ich halt, äh, im Excel-Dokument, ähm, halt hier Schrecken unten, also, ich hab jetzt, ich bin ja schon auf der Schleiferschlacke Köln gefahren, mit, ähm, mit einem Dostos, da war es die erste Zugverbindung, es gab keine Medaille, und ich habe 10.466 Punkte erhalten, und dabei auch nochmal mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, auf der London Underground-Baker-Line, die 76-Jur-Zug-Verbindung gefahren, wofür ich eine Goldmedaille bekommen habe, um 16.335 Punkte, und das Ganze mache ich dann jetzt halt für den East Coast Way, für die Hauptstrecke München-Augsburg, da bin ich ja auch schon mittlerweile durch mit den Szenarien, ich habe schon vorbereitet für die Thies Valley Line, da bin ich zwar noch nicht durch, was, äh, alle Szenarien betrifft, ich glaube, mir fehlen dann noch drei Stück oder so, die ich dann aufnehmen muss, aber ich habe schon mal vorbereitet, dann habe ich auch noch für die LGV, ich habe die Mediterranee schon mal vorbereitet, aber schon mal, äh, angelegt, auch für die Hauptstrecke Köln, South Eastern High Speed, ähm, genau. Ich könnte mir eigentlich prinzipiell auch nochmal notieren, ähm, was ist das notieren? Mich informieren, das ist der Wort, was ich nicht sagen wollte, mich informieren über das amerikanische Verkehrssystem, damit ich in Trainsome World 2020 auch mal wieder ein bisschen hier auf dem, ein bisschen weiter voranschreiten kann, was, äh, den North East Corridor betrifft, den soll es ja, so wie Lawan mir zumindest erzählt hat, es nicht geben. Für Trainsome World 2, das soll ja nicht übernommen werden. Von daher, äh, wird das irgendwann im Laufe der Zeit dann die einzige Strecke sein, die ich dann noch installiert haben werde von Trainsome World. So, jetzt sind wir hier bei Berwick. Und da habe ich auch wieder grünes Licht für die Weiterfahrt, Eastbourne. Ich denke mal, das sollte passen. Geht dann natürlich gleich auch wieder weiter mit gelben Signalen, aber es geht natürlich auch gleich wieder runter auf 35 miles per hour. Ne, erstmal auf 80, aber danach auf 35 miles per hour. Die 80 miles per hour, die werde ich aber nicht erreichen, weil, wie gesagt, die Class 375 nicht ganz so powerful ist wie die Class 451. Das erkennt man jetzt hier gerade, weil ich ansonsten jetzt hier deutlich, ähm, wobei ich aber auch mehr in den Eisen gegangen bin, darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem, so gesehen mit Rückenwind, also es geht back up, ähm, trotzdem erreiche ich nicht die 80 miles per hour. Ich kann dem Beispiel einfach weiter speeden. Aber geht dann ja auch gleich so ungefähr 2 Meilen runter auf 35 miles per hour. Da haben wir ja die Kurve von, ich habe keine Ahnung mehr wie die Stadt heißt, finden wir es auch nicht. Das nehmen wir auch gerade direkt danach auf. Ähm. Das wird teilweise echt so unangebem laut für mich gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jemand gerade, ob ich irgendwie was von der Tür gehört habe. Also, da muss ich mir trotzdem den Sound beuten. Obwohl ich deutlich deutlicher den Sound habe als sonst ursprünglich, aber gut. Ich nehme mir schon mal einfach die Leistung raus und rollen mit 67 miles per hour. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hinzu. Ich habe fast gefühlt, ich bin irgendwie schneller als sonst. Weil irgendwie, ich hatte sonst keine roten Signale im letzten Fall. Aber ich glaube, ich bin auch echt deutlich früher da. Ich meine, ähm, als ich über Burlberg rüber gefahren bin, hatte ich nur noch 10 Minuten. Jetzt bin ich halt super in der Zeit, was das betrifft. Vielleicht sogar zu gut in der Zeit. Wer weiß ja schon, aber wenn ich immer die rote Signale habe, dann bin ich vielleicht auch zu gut in der Zeit. Ich bin jetzt noch mal stärker rein. Okay, ich wollte nicht nur noch 3 Minuten machen, aber vielleicht war es auch genau richtig. Ich war einfach zu früh. Also rolle ich erstmal wieder los, damit ich... Jetzt darf ich auch wieder weiterfahren. Ja, irgendwie durch den Schnee schon komme ich komischerweise besser voran. Ich wollte gerade sagen, komisch, aber dass ich mit der gefühlt weniger starken Lok schneller vorankomme. Aber ich hatte ja auch... Ich ging ja auch nicht so gut losgefahren hier, ähm, mit der Class 451. Und blubbern wir uns mal wieder auf 35 miles per hour. Damit es da wieder schön durch den... Durch die Kurve geht. Und wie ein rotes Signal, Mensch. Das ist ewig hin und her hier. Das ist ein grünes Signal. Ich bin... äh, ja. Ich fahre dicht auf, ich merke das schon. Ich habe meine Leistung raus, denn ich weiß ja, es geht jetzt wieder bergab. Aber wenn ich nicht allzu viel nachbremsen muss. Ist schon nice hier so mit dem Schneesturm und so. Gefällt mir schon. Finde ich, finde ich sehr, sehr, sehr nice. Da haben wir jetzt 35. 3,8 Meilen bis nach Eastbourne. Ja, davor muss ich dann auch wieder ordentlich aufpassen. Da wird es mit... Ja gut. Wahrscheinlich werde ich noch so viele rote Signale zuvor haben, dass ich... Dass das eine rote Signal beim Bahnhof von Eastbourne jetzt auch nichts allzu wild ist. Ich frage mich sehr, wie gut ich gerade Punkte, in dem ich gerade dabei bin. Könnte, glaube ich, besser werden als das andere, weil ich hier beim anderen glaube ich... In den 3840 Punkten war, glaube ich, auch eine viel zu schnelle Fahrt mit dabei, wo ich gar keine Punkte bekommen habe. Aber naja, schauen wir mal, werden wir dann sehen. Das werden wir dann an 3,3 Meilen sehen. Das ist aber auch echt neblig, ne? Kann man gerne sagen. Schneesturm ist da. Wenn jetzt ein Szenario wäre, dann würden wir wahrscheinlich nicht mit der normalen Strecken mäßig... Also nicht mit der normalen Streckengeschwindigkeit fahren. Sondern eher weniger, aber äh... Das macht ja die KI schon, die brems uns ja schon gut aus hier mit den äh... Ups, mit den ganzen... Proben-Signalen... Proben-Signalen... ... ... ... So, wir fahren das Ding rüber. Und nun können wir jetzt auch wirklich die Leistung rausnehmen, ich werde zeitlich so stark da sein, also so früh da sein, kann ich mich auch schon jetzt einfach ausrollen lassen, einfach jetzt weiter rollen, um die Leistung nachzugeben. Ich muss fahr jetzt auch gleich wieder wahrscheinlich reinbremsen, runter 25 Mp. Aber das ist auch in Ordnung. Ich muss einfach schon mal rein, weil ich genau weiß, das geht gleich runter 25 Mp. Mp. Das ist eine Lösgeschwindigkeit. Wahrscheinlich nochmal ein rotes Signal dazu. Muss dann ja nicht sein, dass ich dann irgendwie noch weiter rüberbredde. Aber ich merke jetzt schon, hier zwei Fahrten mit dem Scheibenwischer und hier schon wieder komplett nicht bei das Dach, weil ich einfach überhaupt nicht mehr genau, weil ich einfach komplett hier in Trance fahre durch das ganze Geräusch. Auch wenn ich gerade mir Mühe gegeben habe und nicht allzu sehr darauf zu achten. Aber es war schon ausreichend, dass ich nicht mehr so wirklich sprachmäßig bei der Sache bin. schon wieder Sachen vergessen habe, was ich zuvor gesagt habe. Man fällt halt wirklich in eine Trance. Und jetzt ist es bei mir so. Vielleicht klingt es ja an mir. Und boah, hier ist es nicht so, aber... Ja. Irgendwie ist es bei mir der Fall. Weil ich dann irgendwie nicht mehr so wirklich bei der Sache bin. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es daran liegt. Ich würde sagen, wir warten einfach unter der Überführung. Und warten, bis dann die Class 375 rausfällt aus Eastbourne. Und da ist sie ja. Man erkennt sie kaum, aber da ist sie. Ups, die Class 375. Weswegen wir jetzt hier gerade warten mussten. Dann löse ich mal die Bremsen. Und dann blubbere ich mal in den Bahnhof von Eastbourne rein. Ich werde auch mal überlegen. Ich glaube... Ich glaube, wo ich glaube, ich... Ja, das ist im letzten Video. Ich glaube, ich habe im letzten Video über... über geredet. Wir haben überlegen. Vielleicht auch... Tropico 5. Ich weiß, Tropico 6 ist zwar draußen, aber... Ich versuche mal wieder ein bisschen anzudaddeln. Ich glaube, Tropico... Weiß ich gar nicht. War das Tropico 3, die schon mal auf den Kanal kam? Oder war es Tropico 5? Ne, Tropico 5 gab es da, aber es doch gar nicht. Das war Tropico 3, ne? Ich meine, Tropico 3 müsste es gewesen sein. Ich würde jetzt auch nicht nachgucken, ob das so schnell geht, als es lange dauern würde. Wenn wir schon fast im Bahnhof sind, von daher. Aber ich meine, es war Tropico 3 damals... vor mindestens 5 Jahren, vielleicht sogar 7 Jahren. Wahnsinn! So lange ist das schon her? Oha! Ich muss hier den Bremspunkt auch wieder finden. Nebel, wieder mit Kopfbahnhof. Weil man sieht so schlecht... Und spät... Boah, 500 Punkte. Hui... Das war doch bestimmt knapp, oder? Ah, da war noch Platz. War noch Platz. Kam mir enger vor, als es eigentlich war. Ich glaube, ich musste die gar nicht mehr zumachen, die Tür, ne? Ich kann dann hier plötzlich einfach mal raussteigen. War noch gut Platz. War für mich... Kam mir... enger vor, ehrlich gesagt. Das ist ja auch schön hier mit dem... Wahlemblem. Das glaube ich... Soll das eine Wahl darstellen? Ich denke mal schon, oder? Wunderbar. Wunderbar. Und die 3840 haben wir nicht ganz geknackt. 39 Punkte fehlten. Haltegenauigkeit von 0,059 Yards in Eastbourne auf Bahnsteig 2. Das war wieder... Boah, das war das... Das war die Vintage-Eisenbahn-Tour. Diesmal mit der Klar. 375 auf dem East Coast Way. Ja, es gibt ja noch 3.000 Punkte, ne? Also es sind halt wenig Punkte. Wie gesagt, mit... Wie heißt das noch? Mit dem... Mit der Rapid Transit Strecke gibt es natürlich ordentlich Level. Dadurch wird es natürlich wieder ordentlich gepusht. Mein Ziel von Level 150 in 2021 noch zu erreichen. Ich hoffe dir hat das Video gefallen. Und ich hoffe ich sehe euch dann im nächsten Trains in World 2 Video wieder.